Herzlich willkommen zu unserer heutigen Diskussionsrunde zum hochaktuellen Thema Maschinelles Lernen in alltäglichen Anwendungen. Ich freue mich sehr, heute zwei Experten auf diesem Gebiet begrüßen zu dürfen. Herr Prof. Klaus Wagner, Experte für Computertechnik, und Frau Dr. Anna Schmidt, KI-Expertin. Herzlich willkommen! Vielen Dank, Herr Steinberg. Freut mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die Diskussion. Maschinelles Lernen ist ja in aller Munde. Könnten Sie uns, Herr Prof. Wagner, vielleicht zunächst einmal eine kurze, allgemein verständliche Definition geben? Was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff? Gerne. Maschinelles Lernen, kurz ML, ist im Grunde eine Methode, bei der Computer lernen, Muster und Gesetzmäßigkeiten in Daten zu erkennen, ohne dass sie explizit dafür programmiert werden müssen. Stellen Sie sich vor, Sie bringen einem Computer bei, Katzenbilder von Hundebildern zu unterscheiden. Anstatt ihm detaillierte Regeln für das Aussehen einer Katze zu geben, zeigen sie ihm einfach Tausende von Katzen- und Hundebildern. Der Computer lernt dann selbstständig, die charakteristischen Merkmale zu erkennen und die Bilder zuzuordnen. Es geht also darum, dass der Computer aus Erfahrung lernt, ähnlich wie ein Mensch. Frau Dr. Schmidt, das klingt ja fast schon magisch. Wo begegnet uns denn maschinelles Lernen im Alltag? Können Sie uns ein paar Beispiele nennen? Maschinelles Lernen ist schon heute in vielen Bereichen unseres Lebens präsent, oft ohne, dass wir uns dessen bewusst sind. Denken Sie an die Empfehlungen bei Online-Shopping-Plattformen. Diese basieren auf ML-Algorithmen, die unser Kaufverhalten analysieren und uns passende Produkte vorschlagen. Auch die Spracherkennung in unseren Smartphones, die uns das Tippen erspart, nutzt maschinelles Lernen. Oder die personalisierten Nachrichten, die wir in sozialen Medien sehen. Auch hier stecken ML-Algorithmen dahinter. Ein weiteres, sehr wichtiges Beispiel sind die Navigationssysteme in unseren Autos. Sie nutzen ML, um die beste Route zu berechnen, indem sie Echtzeit-Verkehrsdaten analysieren und Staus vorhersagen. Und natürlich in der Medizin, bei der Diagnose von Krankheiten, ist ML auf dem Vormarsch und hilft Ärzten, präzisere Entscheidungen zu treffen. Beispielsweise bei der Analyse von Röntgenbildern oder der Vorhersage des Krankheitsverlaufs. Das sind ja beeindruckende Beispiele. Herr Professor Wagner, welche Vorteile bietet der Einsatz von maschinellem Lernen in diesen alltäglichen Anwendungen? Die Vorteile sind vielfältig. ML kann Prozesse automatisieren und effizienter gestalten. Denken Sie an die automatische Übersetzung von Texten. Früher war das ein sehr zeitaufwendiger Prozess. Heute können wir uns auf ML-basierte Übersetzungsprogramme verlassen, die in Sekundenschnelle akzeptable Ergebnisse liefern. Ein weiterer Vorteil ist die Personalisierung. ML ermöglicht es, Produkte und Dienstleistungen auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer zuzuschneiden. Das führt zu einer besseren Nutzererfahrung und kann die Kundenzufriedenheit steigern. Und schließlich kann ML uns helfen, komplexe Probleme zu lösen, bei denen der Mensch an seine Grenzen stößt. Wie beispielsweise bei der Vorhersage von Naturkatastrophen oder der Entwicklung neuer Medikamente. In der Forschung spielt ML ebenfalls eine große Rolle, beispielsweise bei der Analyse großer Datensätze in der Genetik oder der Klimaforschung. Eine der größten Herausforderungen ist die Datenqualität. ML-Algorithmen sind nur so gut wie die Daten, mit denen sie trainiert werden. Wenn die Daten fehlerhaft, unvollständig oder verzerrt sind, kann das zu falschen oder diskriminierenden Ergebnissen führen. Stellen Sie sich vor, ein ML-System zur Kreditwürdigkeitsprüfung wird mit Daten trainiert, die bestimmte Bevölkerungsgruppen benachteiligen. Dann wird das System diese Vorurteile übernehmen und möglicherweise zu ungerechten Entscheidungen führen. Ein weiteres Problem ist die Blackbox-Natur einiger ML-Algorithmen. Oftmals verstehen wir nicht genau, wie ein Algorithmus zu einer bestimmten Entscheidung gekommen ist. Das kann zu einem Vertrauensproblem führen, insbesondere in sensiblen Bereichen wie der Medizin oder der Justiz. Und natürlich müssen wir uns auch mit ethischen Fragen auseinandersetzen. Wie stellen wir sicher, dass ML-Systeme fair und unvoreingenommen sind? Wie schützen wir die Privatsphäre der Nutzer? Es geht auch um die Frage der Verantwortlichkeit. Wer ist verantwortlich, wenn ein autonomes Fahrzeug einen Unfall verursacht? Das sind alles Fragen, die wir dringend diskutieren müssen. Das sind wichtige Punkte. Herr Professor Wagner, wie können wir diesen Herausforderungen begegnen? Es gibt verschiedene Ansätze. Ein wichtiger Schritt ist die Entwicklung von robusteren und transparenteren ML-Algorithmen. Wir müssen verstehen, wie die Algorithmen funktionieren und wie sie zu ihren Ergebnissen kommen. Die Forschung an erklärbarer KI ist hier sehr wichtig. Ein anderer Ansatz ist die Entwicklung von Methoden zur Erkennung und Korrektur von Bias in den Daten. Wir brauchen ausgefeilte statistische Verfahren, um solche Verzerrungen aufzuspüren und zu korrigieren. Und schließlich brauchen wir klare ethische Richtlinien und Standards für den Einsatz von ML. Diese Richtlinien sollten sowohl die Entwicklung als auch den Einsatz von ML-Systemen regeln. Es ist wichtig, dass wir einen interdisziplinären Ansatz verfolgen, bei dem Experten aus verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Dazu gehören Informatiker, Ethiker, Juristen und Sozialwissenschaftler. Frau Dr. Schmidt, wie sieht die Zukunft des maschinellen Lernens aus? Wo geht die Reise hin? Ich denke, dass maschinelles Lernen in Zukunft noch viel stärker in unseren Alltag integriert sein wird. Wir werden intelligente Assistenten haben, die uns in allen Lebenslagen unterstützen, von der Planung unserer Reisen bis hin zur medizinischen Versorgung. Diese Assistenten werden in der Lage sein, unsere Bedürfnisse besser zu verstehen und uns proaktiv zu helfen. Auch in der Industrie wird ML eine immer größere Rolle spielen, beispielsweise bei der Automatisierung von Produktionsprozessen oder der Entwicklung neuer Materialien. Ein spannendes Feld ist auch die personalisierte Medizin, wo ML uns helfen kann, Krankheiten frühzeitig zu erkennen und maßgeschneiderte Therapien zu entwickeln. Wir werden auch Fortschritte im Bereich des Deep Learning sehen, das es Computern ermöglicht, komplexe Aufgaben zu lösen, die bisher nur von Menschen bewältigt werden konnten, wie beispielsweise das Verstehen von natürlicher Sprache oder das Erkennen von Mustern in Bildern und Videos. Das klingt sehr vielversprechend. Herr Professor Wagner, gibt es bestimmte Bereiche, in denen Sie das Potenzial von ML besonders hoch sehen? Ich sehe großes Potenzial im Bereich der Nachhaltigkeit. ML kann uns helfen, den Energieverbrauch zu optimieren, Ressourcen effizienter zu nutzen und den Klimawandel zu bekämpfen. Beispielsweise können ML-Algorithmen Wetterdaten analysieren und Vorhersagen treffen, um die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien besser zu planen. Auch in der Landwirtschaft kann ML eine wichtige Rolle spielen. Beispielsweise bei der Optimierung von Bewässerungssystemen oder der Bekämpfung von Schädlingen. Ein weiteres wichtiges Feld ist die Bildung. ML kann uns helfen, personalisierte Lernpfade für Schüler und Studenten zu entwickeln und ihnen individuelles Feedback zu geben. Frau Dr. Schmidt, ein abschließendes Wort von Ihnen. Was sollten die Zuschauer aus unserer heutigen Diskussion mitnehmen? Ich hoffe, dass die Zuschauer ein besseres Verständnis für die Möglichkeiten und Herausforderungen des maschinellen Lernens gewonnen haben. ML ist eine Technologie mit großem Potenzial, aber wir müssen uns der Risiken bewusst sein und uns aktiv damit auseinandersetzen. Es ist wichtig, dass wir eine offene und transparente Diskussion über die ethischen Implikationen von ML führen, um sicherzustellen, dass diese Technologie zum Wohle aller eingesetzt wird. Wir brauchen eine breite gesellschaftliche Debatte über die Zukunft der KI und wie wir sicherstellen können, dass sie unsere Werte und unsere Interessen respektiert. Vielen Dank, Frau Dr. Schmidt. Und Ihnen, Herr Prof. Wagner, für diese sehr informative und anregende Diskussion. Ich denke, wir haben heute einen guten Einblick in die Welt des maschinellen Lernens und seine vielfältigen Anwendungen erhalten. Ich danke auch unseren Zuschauern fürs Dabeisein. Auf Wiedersehen! Herzlich willkommen zu unserer heutigen Diskussionsrunde zum hochaktuellen Thema Maschinelles Lernen in alltäglichen Anwendungen. Ich freue mich sehr, heute zwei Experten auf diesem Gebiet begrüßen zu dürfen. Herr Prof. Klaus Wagner, Experte für Computertechnik und Frau Dr. Anna Schmidt, KI-Expertin. Herzlich willkommen! Vielen Dank, Herr Steinberg. Freut mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die Diskussion. Maschinelles Lernen ist ja in aller Munde. Könnten Sie uns, Herr Prof. Wagner, vielleicht zunächst einmal eine kurze, allgemein verständliche Definition geben. Was genau verbirgt sich hinter diesem Begriff? Gerne. Maschinelles Lernen, kurz ML, ist im Grunde eine Methode, bei der Computer lernen, Muster und Gesetzmäßigkeiten in Daten zu erkennen, ohne dass sie explizit dafür programmiert werden müssen. Stellen Sie sich vor, Sie bringen einem Computer bei, Katzenbilder von Hundebildern zu unterscheiden. Anstatt ihm detaillierte Regeln für das Aussehen einer Katze zu geben, zeigen Sie ihm einfach Tausende von Katzen- und Hundebildern. Der Computer lernt dann selbstständig, die charakteristischen Merkmale zu erkennen und die Bilder zuzuordnen. Es geht also darum, dass der Computer aus Erfahrung lernt, ähnlich wie ein Mensch. Frau Dr. Schmidt, das klingt ja fast schon magisch. Wo begegnet uns denn maschinelles Lernen im Alltag? Können Sie uns ein paar Beispiele nennen? Maschinelles Lernen ist schon heute in vielen Bereichen unseres Lebens präsent, oft ohne, dass wir uns dessen bewusst sind. Denken Sie an die Empfehlungen bei Online-Shopping-Plattformen. Diese basieren auf ML-Algorithmen, die unser Kaufverhalten analysieren und uns passende Produkte vorschlagen. Auch die Spracherkennung in unseren Smartphones, die uns das Tippen erspart, nutzt maschinelles Lernen. Oder die personalisierten Nachrichten, die wir in sozialen Medien sehen. Auch hier stecken ML-Algorithmen dahinter. Ein weiteres, sehr wichtiges Beispiel sind die Navigationssysteme in unseren Autos. Sie nutzen ML, um die beste Route zu berechnen, indem sie Echtzeitverkehrsdaten analysieren und Staus vorhersagen. Und natürlich in der Medizin, bei der Diagnose von Krankheiten, ist ML auf dem Vormarsch und hilft Ärzten, präzisere Entscheidungen zu treffen. Beispielsweise bei der Analyse von Röntgenbildern oder der Vorhersage des Krankheitsverlaufs. Das sind ja beeindruckende Beispiele. Herr Professor Wagner, welche Vorteile bietet der Einsatz von maschinellem Lernen in diesen alltäglichen Anwendungen? Die Vorteile sind vielfältig. ML kann Prozesse automatisieren und effizienter gestalten. Denken Sie an die automatische Übersetzung von Texten. Früher war das ein sehr zeitaufwendiger Prozess. Heute können wir uns auf ML-basierte Übersetzungsprogramme verlassen, die in sekundenschnelle, akzeptable Ergebnisse liefern. Ein weiterer Vorteil ist die Personalisierung. ML ermöglicht es, Produkte und Dienstleistungen auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer zuzuschneiden. Das führt zu einer besseren Nutzererfahrung und kann die Kundenzufriedenheit steigern. Und schließlich kann ML uns helfen, komplexe Probleme zu lösen, bei denen der Mensch an seine Grenzen stößt. Wie beispielsweise bei der Vorhersage von Naturkatastrophen oder der Entwicklung neuer Medikamente. In der Forschung spielt ML ebenfalls eine große Rolle, beispielsweise bei der Analyse großer Datensätze in der Genetik oder der Klimaforschung. Frau Dr. Schmidt, wo sehen Sie die größten Herausforderungen und Risiken beim Einsatz von maschinellem Lernen? Eine der größten Herausforderungen ist die Datenqualität. ML-Algorithmen sind nur so gut wie die Daten, mit denen sie trainiert werden. Wenn die Daten fehlerhaft, unvollständig oder verzerrt sind, kann das zu falschen oder diskriminierenden Ergebnissen führen. Stellen Sie sich vor, ein ML-System zur Kreditwürdigkeitsprüfung wird mit Daten trainiert, die bestimmte Bevölkerungsgruppen benachteiligen. Dann wird das System diese Vorurteile übernehmen und möglicherweise zu ungerechten Entscheidungen führen. Ein weiteres Problem ist die Blackbox-Natur einiger ML-Algorithmen. Oftmals verstehen wir nicht genau, wie ein Algorithmus zu einer bestimmten Entscheidung gekommen ist. Das kann zu einem Vertrauensproblem führen, insbesondere in sensiblen Bereichen wie der Medizin oder der Justiz. Und natürlich müssen wir uns auch mit ethischen Fragen auseinandersetzen. Wie stellen wir sicher, dass ML-Systeme fair und unvoreingenommen sind? Wie schützen wir die Privatsphäre der Nutzer? Es geht auch um die Frage der Verantwortlichkeit. Wer ist verantwortlich, wenn ein autonomes Fahrzeug einen Unfall verursacht? Das sind alles Fragen, die wir dringend diskutieren müssen. Das sind wichtige Punkte. Herr Professor Wagner, wie können wir diesen Herausforderungen begegnen? Es gibt verschiedene Ansätze. Ein wichtiger Schritt ist die Entwicklung von robusteren und transparenteren ML-Algorithmen. Wir müssen verstehen, wie die Algorithmen funktionieren und wie sie zu ihren Ergebnissen kommen. Die Forschung an erklärbarer KI ist hier sehr wichtig. Ein anderer Ansatz ist die Entwicklung von Methoden zur Erkennung und Korrektur von Bias in den Daten. Wir brauchen ausgefeilte statistische Verfahren, um solche Verzerrungen aufzuspüren und zu korrigieren. Und schließlich brauchen wir klare ethische Richtlinien und Standards für den Einsatz von ML. Diese Richtlinien sollten sowohl die Entwicklung als auch den Einsatz von ML-Systemen regeln. Es ist wichtig, dass wir einen interdisziplinären Ansatz verfolgen, bei dem Experten aus verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Dazu gehören Informatiker, Ethiker, Juristen und Sozialwissenschaftler. Frau Dr. Schmidt, wie sieht die Zukunft des maschinellen Lernens aus? Wo geht die Reise hin? Ich denke, dass maschinelles Lernen in Zukunft noch viel stärker in unseren Alltag integriert sein wird. Wir werden intelligente Assistenten haben, die uns in allen Lebenslagen unterstützen, von der Planung unserer Reisen bis hin zur medizinischen Versorgung. Diese Assistenten werden in der Lage sein, unsere Bedürfnisse besser zu verstehen und uns proaktiv zu helfen. Auch in der Industrie wird ML eine immer größere Rolle spielen, beispielsweise bei der Automatisierung von Produktionsprozessen oder der Entwicklung neuer Materialien. Ein spannendes Feld ist auch die personalisierte Medizin, wo ML uns helfen kann, Krankheiten frühzeitig zu erkennen und maßgeschneiderte Therapien zu entwickeln. Wir werden auch Fortschritte im Bereich des Deep Learning sehen, das es Computern ermöglicht, komplexe Aufgaben zu lösen, die bisher nur von Menschen bewältigt werden konnten, wie beispielsweise das Verstehen von natürlicher Sprache oder das Erkennen von Mustern in Bildern und Videos. Das klingt sehr vielversprechend. Herr Professor Wagner, gibt es bestimmte Bereiche, in denen Sie das Potenzial von ML besonders hoch sehen? Ich sehe großes Potenzial im Bereich der Nachhaltigkeit. ML kann uns helfen, den Energieverbrauch zu optimieren, Ressourcen effizienter zu nutzen und den Klimawandel zu bekämpfen. Beispielsweise können ML-Algorithmen Wetterdaten analysieren und Vorhersagen treffen, um die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien besser zu planen. Auch in der Landwirtschaft kann ML eine wichtige Rolle spielen. Beispielsweise bei der Optimierung von Bewässerungssystemen oder der Bekämpfung von Schädlingen. Ein weiteres wichtiges Feld ist die Bildung. ML kann uns helfen, personalisierte Lernpfade für Schüler und Studenten zu entwickeln und ihnen individuelles Feedback zu geben. Frau Dr. Schmidt, ein abschließendes Wort von Ihnen. Was sollten die Zuschauer aus unserer heutigen Diskussion mitnehmen? Ich hoffe, dass die Zuschauer ein besseres Verständnis für die Möglichkeiten und Herausforderungen des maschinellen Lernens gewonnen haben. ML ist eine Technologie mit großem Potenzial. Aber wir müssen uns der Risiken bewusst sein und uns aktiv damit auseinandersetzen. Es ist wichtig, dass wir eine offene und transparente Diskussion über die ethischen Implikationen von ML führen, um sicherzustellen, dass diese Technologie zum Wohle aller eingesetzt wird. Wir brauchen eine breite gesellschaftliche Debatte über die Zukunft der KI und wie wir sicherstellen können, dass sie unsere Werte und unsere Interessen respektiert. Vielen Dank, Frau Dr. Schmidt und Ihnen, Herr Professor Wagner, für diese sehr informative und anregende Diskussion. Ich denke, wir haben heute einen guten Einblick in die Welt des maschinellen Lernens und seine vielfältigen Anwendungen erhalten. Ich danke auch unseren Zuschauern fürs Dabeisein. Auf Wiedersehen!